Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zu einem Informationsvideo über die jetzige Situation des Kanals. Ja, ganz einfach, jeder hat es schon gesehen, es hat sich was verändert wieder. Und ich bin sehr zufrieden, ein Hoch auf Venezuela, wo der wundervolle Designer herkam, der mir das neue Design erstellt hat für mein Imperator der Spielkultur Kanal Design, was so ein bisschen Comic-like ist. Und ich muss sagen, mir gefällt es, ich habe gehört, es gibt eine Kontroverse eigentlich vom Gesamtkonzept. Also ich finde, es gefällt mir, es ist immer die Sache, ich habe die letzte Male immer das Design selbst gemacht und habe dann danach immer gesagt, boah, das ist immer noch nicht so, wie ich es haben will. Ich bin unglaublich selbstkritisch mit mir selbst und deshalb hat man einfach diese Problematik, wenn man selbst das macht, dass man immer wieder was verändert. Also ich habe meine Designs ja wirklich teilweise alle drei Monate geändert. Und jetzt hatte ich einfach gesagt, boah, scheiß drauf, jetzt nimmst du mal ein bisschen Geld in die Hand, und gibst dir jemandem ein bisschen was, der hat mir unglaublich viele Vorlagen erstellt, Sachen, die ihr auch noch gar nicht gesehen habt, die ich noch einsetzen werde in Zukunft. Und bin auch jetzt zufrieden. Es ist etwas anderes, wenn jemand kommt und dir was zeigt und sagt, so und so habe ich mir das vorgestellt und kannst sagen, Daumen hoch, Daumen runter, so wie bei YouTube letztendlich. Oder du bist halt der eigene Produzent davon. Und du musst danach sagen, ist das gut oder schlecht? Und leider kommt es am meisten darauf hinaus, ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ich jetzt endlich ein Design habe, womit ich vielleicht auch länger als drei Monate leben kann und dann letztendlich das letzte Mal für eine etwas längere Zeit hier alles komplett ummodel. Weil da gehören ja auch gewisse Thumbnets zu. Es kommen die Startvideos, Thumbnets, Geschichten und so weiter. Die werden ja auch nochmal von mir verändert und so weiter und so fort. Denn, was auch neu ist, ist, dass wir die Startseite verändert haben, beziehungsweise ich habe die Startseite verändert. Es geht nämlich darum, dass wir, ich habe jetzt das Let's Play gedöhnt. Ich hatte ja unten erstmal eine Auflistung von allen Let's Plays früher. Jetzt habe ich eine Auflistung nach alphabetischer Sortierung. Immer die Startvideos. Das finde ich ein bisschen angenehmer, als wenn die Leute immer in die Playlists reinklicken und dann können die halt nach dem Startvideo in die Playlist reingehen und sagen, okay, ich will das weitergucken oder ich will das nicht weitergucken. Ist ein bisschen angenehmer. Generell spare ich dem End-User irgendwie, glaube ich, einen Klick. Und die Statistik wird nicht kaputt gemacht bei mir, weil das, wenn man auf die Playlist drückt, in der Übersicht, wird das anders gewertet, als wenn man das Video direkt anklickt. Also nicht für Suche oder sonst irgendwas. Das ist wirklich nur eine Statistikgeschichte. Und derjenige, der sich so nämlich reinklickt in die Playlist, macht die Watchtime der Playlist kaputt. Und dann steht da Blödsinn. Naja, egal. Jedenfalls, es sieht so ein bisschen schöner aus. Finde ich angenehmer. Aber natürlich sollen ja auch noch andere Sachen kommen. Ihr habt ja schon erfahren, es ist so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass wir auch jetzt zukünftig mehr Tutorial machen, beziehungsweise ich versuche, mein Wissen aus meinem Kopf raus zu transportieren und auch ein bisschen mehr thematikbezogene Videos. Ich bin jetzt aber nicht derjenige, der euch dann irgendwelche überteuerten Produkte ins Gesicht hält und dann sagt, ja, die sind voll scheiße in dem Clickbait-Titel und dann sage, was ist denn nicht scheiße an den Dingern und sage am Ende, ja, eigentlich ist die doch ganz gut. Und so ein Typ bin ich dann generell nicht. Wer die Anspielung verstanden hat, auf wen ich hinaus will, der ist gut. Ansonsten, ein paar Leute haben auch mitbekommen, dass ich Hearts of Iron 4 gespielt habe und es mich sehr lange gefesselt hat. Es ist ganz schlimm, es ist total schrecklich. Vor allem, wenn man ein gewisses, sagen wir mal, Grundwissen hat über kriegerische Entwicklung im Zweiten Weltkrieg, macht dieses Spiel einen total wahnsinnig. Und man ist auch total verärgert über seine Verbündeten, die zum Beispiel die ganze Zeit die Sowjetunion angreifen und einem nicht helfen an den richtig wichtigen Fronten, an der Heimatfront. Die verlieren lieber ganz Deutschland und lassen die Armeen, also ihr wisst, über wen ich rede, Hitler lässt seine ganzen Armeen lieber in der Sowjetunion verkauern und da irgendwie in der Kälte sterben, als sie nach Deutschland zurückzuziehen, um feindliche Invasoren von den Briten und von der USA abzuwehren. Da geht einem der Hut hoch bei dem Spiel manchmal. Aber wer es nicht kennt, demnächst wird es dazu ein bisschen mehr geben auf meinem Kanal. Ich werde jetzt wirklich dann noch ein Let's Play dazu starten, sobald ich meine Privat-Session abgeschlossen habe. Ich muss noch sehr viel lernen, habe ich das Gefühl, aber so die Basics sind jetzt drin bei mir, plus ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass ich dann zukünftig mit einem der großen Reiche euch was zeigen kann bei Hearts of Iron 4 und natürlich vielleicht eventtechnisch irgendwas machen können. Wo wir gerade von Event reden. Wir hatten ja letztens das Stellaris-Event am Samstag und es lieb wirklich Bombe. Nochmal Dank an allen. Es hat natürlich am Ende, weil ich gesagt habe, es gibt Preise, so ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, zu sagen, wer ist denn jetzt Gewinner? Also es ist ja dahin gekippt, dass es gab ein Bündnis von zwölf Spielern gegen ein Bündnis von sechs Spielern und die haben natürlich dann alles platt gemacht. Beziehungsweise wir hatten keine Chance mehr, uns in irgendeiner Form zu verteidigen. Man merkt schon, viele Leute wollten mich platt machen bei Stellaris. Deshalb nächstes Mal werde ich wohl einfach alle töten von Anfang an und werde mich nicht mit Bündnissen irgendwie kaputt schlagen und werde nur noch jenen unterjochen, der mir in der Nähe ist. Weil generell war ich von der Stärke gar nicht mal schlecht immer. Ich bin auf mich persönlich eigentlich ziemlich stolz, weil ich mich immer wieder aufbauen konnte, obwohl ich sehr häufig Planeten verloren habe oder kaputt gemacht wurde. Aber dazu werdet ihr noch mehr sehen in dem Stellaris-Live-Event-LP, wo aber jede Folge knapp eine Stunde ist. Und deshalb wird es halt, ich glaube, jetzt 14 Folgen am Stück in etwa geben, sobald ich das alles geschnitten habe. Weil es gab zwischendurch einen Aufnahmefehler, dass man die Datei von woanders noch holen. Und deshalb verzögert sich das ein bisschen. Normalerweise hätte es heute angefangen. Ja, das alles zu den aktuellen Kanalentwicklungen. Am Ende des Monats kommt noch ein LP Technomage. Wo Technomage letztendlich... Der Nachfolger ist eigentlich von Mars Warlocks. Genau, Mars Warlocks. Das habe ich früher auch let's played hier auf dem Kanal. Da waren die meisten von euch noch gar nicht hier. Das war ein relativ low-budget Rollenspiel, was mir aber richtig Spaß gemacht hat, weil das Setting so unverbraucht war. Und die Kämpfe auch relativ knifflig. Und mir das ganze Setting gefallen hat. Und das ist jetzt sowas wie der... Ja, wie eine andere Geschichte im selben Universum letztendlich. Und Technomage ist letztendlich eine gewisse Organisation beziehungsweise eine gewisse Bevölkerungsgruppe der Lebenden auf dem Mars. Und ich bin mal ganz interessant, weil storytechnisch habe ich mich noch nicht spoilern lassen. Und bin mal gespannt, was die diesmal so raushauen. Weil es ist ja jetzt seit Mars Warlocks, glaube ich, drei Jahre her, da ich das gespielt habe. Also gute Entwicklungszeit wird wohl dahinter sein, hinter den nächsten. Und mal sehen, wie es jetzt ist. Ja, das war es alles für diesen kleinen V-Log. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Heute Abend machen wir ein bisschen XCOM noch. Und ja, ansonsten wüsst ihr dann. Euer Doc. Und Imperator. Und Typ. Und ey, der Typ da mit dem Kostüm.